Mitte September hat Apple seine neuen iPhone-Modelle 6S und 6S Plus vorgestellt, auf denen ab Werk iOS 9 läuft. Beim Gehäuse kommt jetzt eine hochfeste Aluminium-Legierung zum Einsatz. Weil das Design unverändert bleibt, erkennt man die neuen Geräte erst auf den zweiten Blick. Sie tragen unter dem Gerätenamen auf der Rückseite ein S. Im Innern steckt der deutlich schnellere A9-Chip. Die Hauptkamera hat ein großes Update auf einen 12-Megapixel-Sensor bekommen. Sie liefert sehr scharfe, detailreiche und farblich neutrale Bilder, schießt Panoramen mit bis zu 63 Megapixel und nimmt 4K-Filme auf. Neu ist auch die Möglichkeit, sogenannte Live-Fotos zu schießen. Bilder in die kurze Bewegtbildsequenzen eingebettet sind und bei Druck aufs Display abgespielt werden. Bei der Bedienung gibt es eine große Neuerung, 3D Touch, das auf stärkeren Druck aufs Display reagiert. Drückt man etwa auf dem Homescreen stärker auf ein Icon, werden sogenannte Quick-Actions sichtbar. Bei der Fotos-App klappt sich ein Menü auf, das schnellen Zugriff auf die neuesten Aufnahmen oder die Favoriten ermöglicht. Bei der Notizen-App führt die Abkürzung zu einem neuen Eintrag oder einer Zeichnung. Die Karten-App navigiert den Nutzer nun per Shortcut nach Hause oder markiert den Standort. Peak und Pop nutzen ebenfalls 3D Touch. Peak ruft innerhalb von Apps eine Voransicht eines gewählten Inhalts auf, etwa einer Mail, die man per eingeblendeter Quick-Action weiterleiten kann. Wischt man stattdessen nach rechts oder links, archiviert man die Nachricht oder markiert sie als gelesen. Ebenso funktioniert es mit verlinkten Inhalten. Leichter Druck zeigt eine Vorschau, stärkerer Druck aktiviert die Pop-Funktion und öffnet das Ziel in der passenden App. Den Task-Switcher hat Apple ebenfalls für 3D-Touch fit gemacht. Drückt man auf den linken Displayrand und wischt dabei nach innen, blättert man nun von einer App zur nächsten. Siri lauscht auf Wunsch jetzt dauerhaft auf Kommandos, auch wenn das iPhone nicht an der Ladestrippe hängt. Nach einem kurzen Sprachtraining hört die digitale Assistentin nur noch auf ihren Besitzer und lässt sich nicht durch andere Stimmen ablenken. Für heute werden Temperaturen von 19 Grad bis 30 Grad erwartet.